Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr wisst es, ich bin kein Anlage- oder Finanzberater und ich habe natürlich keine Glaskugel vor mir stehen. Gestern kam ja von mir kein Video, einfach aus dem Grund, kurze Erklärung, da ich ja mittlerweile sehr viel mache an Videos und so weiter, hat meine Frau mir gesagt, Alex, heute Freitag ist mal wieder Familientag angesagt. Ja, kommen wir direkt einmal auf AMC zu sprechen und gestern war ja wieder mal nicht so ein ganz guter Tag. Ihr seht es hier im Monatschart, ging es ganz schön nach unten. Ihr seht auch hier die Performance in der letzten Woche, minus knapp 20% im Monatschart, ungefähr minus 22,6% und im halbjährlichen Zeitraum minus fast 30%. Ich persönlich, ja, ihr wisst es, wie viele Aktien ich habe, wann ich eingestiegen bin. Wie soll ich sagen, also so ein VW hätte ich auf jeden Fall von dem Verlust in Anführungsstrichen, ich habe ja nicht verkauft, mir mittlerweile kaufen können. Das tut weh, gar keine Frage, aber natürlich glaube ich weiterhin an das große Ganze. Ihr seht hier 29,01 Dollar haben wir geschlossen. Jetzt könnte man wieder hier vermuten oder zurückdenken, 8 Dollar und 1 Cent, da muss man einfach immer mal wieder dran denken. Die, die das erlebt haben, die, die es nicht erlebt haben, guckt euch gerne mal Videos an, wie hier von einigen die Reaktion war. Ihr seht hier das Volumen, 65 Millionen ist leicht gestiegen oder um einiges gestiegen, kann man ja schon fast sagen, aber wir kennen hier auch andere Volumen von über 100 Millionen. Ja, Aktien zum Ausleihen weiterhin sehr, sehr hoch, gar keine Frage, auch der Zinssatz hier ist sehr gering. Und was hat sich wieder nicht verändert? Ein Short-Volumen oder ein Prozentsatz über den Handel, über den Darkpool von 65,66%. Man muss immer hier die oberen zwei zusammennehmen und ja, 65%, es ist weiterhin ganz, ganz, ganz weit oben. Und daran erkennt man auch einfach, es wurde nichts geshortet. Der gesamte Aktienmarkt ist die letzte Woche wirklich im roten Bereich. Auch, und das wissen wahrscheinlich ganz viele von euch, der gesamte Kryptomarkt auch gerade sehr, sehr extrem runter. Und wie zum Beispiel Bitcoin minus 12%, also das ist schon ordentlich. Cardano minus 12%, XRP minus 15% und, 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 Shiba Inu minus 8%, also hier sieht man wirklich mehr rote Zahlen als grüne Zahlen. Hier sind einige dabei, die hat es richtig hart getroffen, aber daran erkennt man einfach, nicht nur der Kryptomarkt ist schlecht, der Akt, der Börsenmarkt ist schlecht. Und dementsprechend zieht das natürlich auch AMC mehr oder weniger nach unten, gar keine Frage. Und ich habe einige E-Mails bekommen, Alex, könnte es denn sein, die Hedgefonds shorten jetzt noch mehr auf einen gewissen Preis und dann gehen sie long und verdienen wieder Geld. Natürlich ist es möglich, gar keine Frage, wir wissen es aber nicht. Wir wissen es nicht, wir können es nicht sagen, ob es tatsächlich so ist. Ich als Unternehmen, ja, würde es tatsächlich so machen. Ob jetzt Citadel oder sonst was für ein Hedgefonds das macht, kann natürlich so keiner beantworten. Und ihr seht es hier, ein Ape, Citadel Securities versucht den Stop-Loss der Leute zu erreichen. Das hatte ich auch schon gesagt, hier ein Stop-Loss bei AMC drin zu haben. Ja, wäre ziemlich blöd und wer hier nicht drauf geachtet hat, denke ich mal auf jeden Fall, dass hier der ein oder andere Stop-Loss ausgelöst worden ist. Wäre es sehr ärgerlich, gar keine Frage. Und es gab auch einige Kommentare, die geschrieben haben, ich habe verkauft und ich habe die doppelte Menge gerade wieder eingekauft. Da habe ich mir nur so gedacht, bestimmt, warum? Das ist eigentlich gar nicht möglich, denn alleine die Steuer 25% muss man bezahlen und, und, und. Und, dementsprechend, so viel ist der Markt nicht gefallen, dass man jetzt verkaufen konnte und die doppelte Menge wieder einkaufen. Da habe ich gedacht, hm, wer weiß, was das wieder welche für komische Leute sind, die sowas behaupten. Also, wenn man sowas schreibt, einfach mal ein bisschen nachdenken. Wenn der Kurs um 20% fällt, ja, ist es einfach nicht möglich, mit dem gleichen Geld die doppelte Menge wieder einzukaufen. Also, das nächste Mal, wenn man sowas schreibt, vorher erstmal ein bisschen nachdenken. Und ihr seht auch wieder, AMC und GameStop absolut zu, zufällig, ganz wichtiges Wort, zufällig, dass die einen gleichen Chart haben. Man ist ja, also die Headstrongs würden sagen, das ist Zufall, gar keine Frage. Und auch, wenn ihr bei Google mal eingebt, AMC-Stock zum Beispiel, und dann aufs News geht, dann seht ihr hier wieder ganz, ganz viele Berichte, die einfach wieder komisches Zeug zeigen. Also, diese Artikel nehmen auch wieder ganz, ganz stark zu. Und ich möchte euch einmal den Chart zeigen, nicht den Goldchart, das ist der falsche, sondern der AMC-Chart. Und dazu gehen wir einmal in den 4-Stunden-Chart. Und hier möchte ich euch einfach nur mal grafisch darstellen, wie massiv dieser seit dem 23. November ungefähr wirklich extremst nach unten geht. Also, das tut schon weh, gar keine Frage. Aber solange, und das muss ich jeden Tag, werde ich das jetzt im Video sagen, solange jeder daran glaubt, sehe ich hier überhaupt gar keine Probleme. Und, ja, das war eigentlich so das kurze Update. Viel gibt es wirklich gerade nicht zu sagen. Klar, der Kurs geht richtig nach unten. Jetzt wurden auch wieder von der ING-DiBa irgendwelche E-Mails verschickt mit einer Sammelklage gegen AMC von 2016 oder 2017. Da will ich gar nicht drauf eingehen, denn für mich ist das eher unrelevant. Hier geht es um ein Aktienpaket, das verkauft worden ist. Und da hat jemand dagegen geklagt oder eine Bank dagegen geklagt, dass das nicht rechtens ist und, und, und. Das hat so erstmal überhaupt gar keinen Einfluss auf die Aktie. Hier aktuell sehe ich wirklich diese große Sache, dass der komplette Kryptomarkt, der komplette Aktienbörsenmarkt hier gerade bergab geht. Auch der DAX richtig nach unten gegangen. Und wenn alles nach unten geht und AMC geht auch nach unten, dann sehe ich das einfach normal. Natürlich ist jetzt die Problematik, die große Problematik, da bin ich ganz ehrlich, viele, die jetzt lange im Minus waren, kann nochmal auf den Chart zu sprechen kommen, im 4-Stunden-Chart. Viele, die jetzt wirklich im Minus waren und irgendwo hier im Aufwärtstrend eingekauft haben und jetzt noch viel mehr im Minus sind, da ist natürlich diese psychologische Sache, die einem sagt, soll ich jetzt verkaufen oder nicht. Ihr seht, ich bin hier eingestiegen, es tut mir wirklich leid, ich kann natürlich große Sprüche reißen, gar keine Frage, denn bei mir dauert es noch sehr lange, bis ich überhaupt im Minus bin, aber ich halte auch für die Apes, die hier auch aktuell im Minus sind. Ich hätte bei dem Hoch hier verkaufen können, wirklich mit ordentlich gewinnen und ich habe es nicht gemacht. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe ja, wenn ich mich jetzt nicht täusche, am Dienstag eingekauft und ich habe gestern, ja, was soll ich sagen, wieder nachgekauft. Also ich konnte es einfach nicht lassen. Ich habe auch wieder ein bisschen mehr eingekauft, also es sind 120 Stück gewesen. Und langsam bin ich davon wirklich fest überzeugt, dass ich vielleicht wahrscheinlich nächste Woche auch nochmal nachkaufen werde. Aber ich hoffe wirklich, dass nächste Woche der Kurs so langsam wieder nach oben geht. Also auch viele Indikatoren sprechen hier erstmal dafür, aber da will ich nicht mehr darauf eingehen. Aber auf jeden Fall sollte der Kurs nächste Woche so wenigstens ein bisschen wieder nach oben gehen, einfach um die Gesamtmasse wieder zu motivieren. Ich glaube, die Stimmung bei dem einen oder anderen ist auch aktuell gereizt. Ich sehe es in meiner Telegram-Gruppe, bei Facebook-Gruppen sehe ich, wie wirklich viele, viele, viele Leute hier aktuell gereizt sind. Wirklich gereizt. Das meinen wahrscheinlich einige nicht persönlich. Aber ja, wenn es hier wirklich um Geld geht, dann verändert man sich. Wie gesagt, ich hätte auch mir jetzt schnell mal ein VW von dem Depotwert, der jetzt geringer geworden ist, kaufen können. Aber soll ich jetzt rumheulen? Nein. Und solange man nicht verkauft, hat man auch keinen Verlust gemacht. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ich kann es nur immer wieder sagen, wer hier mehr Geld investiert, wo man eigentlich zur Verfügung hat und da ein bisschen Panik bekommt, ganz ehrlich, selber schuld. Denn ich habe hier auch mit allem länger jetzt geschrieben und er sagt, wie soll ich die Mieter Monatsende bezahlen? Dann kann ich es wirklich nicht nachvollziehen. Ich glaube, ich habe es schon 400, 500 Mal gesagt in den Videos und mehr kann man auch nicht machen. Und es bleibt nach wie vor wirklich in meinen Augen, meine persönliche Meinung, sehr, sehr interessant. Und wenn man hier wirklich mal zurückgeht, werde ich jetzt wahrscheinlich auf die Schnellen nicht finden, gar keine Frage. Aber bevor es einmal nach oben geht, richtig nach oben geht, ging es eben auch mal nach unten. Und das werden wir, und das muss man dazu sagen, sollte es zu einem Short Squeeze kommen, dann wird das noch viel, viel extremer werden anhand der Volatilität. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann hören wir uns morgen wieder.